namaste ich grüße dich schön dass du da bist ich freue mich ich möchte dir gerne eine lesung weitergeben aus dem lichtwelt verlag botschaft aus der 119 lichtlesung und verankerung von babaji wann bist du frei empfangen durch jan johannes kassel die seele finde deinen weg beschreite deinen pfad und lass dich durch nichts und von niemandem beirren du hast die erde betreten damit du selbst erfahrungen machen und damit du dich selbst als göttlich erkennen kannst dich auf einer lichtarmen welt als licht und auf einer lieblosen welt als liebe zu erfahren das ist der punkt um den es bei allen bestrebungen eines menschen geht deine reise zu diesem ort den du erde nennst ist genau geplant exakt berechnet und entspricht dem wunsch deiner seele zufälle kannst du ausschließen willkür gibt es nicht was existiert ist die direkte führung deiner seele durch das labyrinth der zeit viele leben hast du schon gelebt und du hast erfahrungen gemacht die dich heute zu dem machen was und wer du bist deine unsterbliche seele geht jedes leben eine neue symbiose mit einem menschlichen körper ein die jahre 0 bis 7 jeder neue körper passt sich in den ersten lebensjahren dem bewusstsein der seele an dein geistig seelisches bewusstsein wird im gehirn den nervenbahnen und im herzen integriert auf diese weise reifst du bis zum alter von sieben jahren zum vollständigen menschen heran dann bist du bewohnt und belebt und dann beginnst du damit deine seelenaufträge zu leben die jahre von 0 bis 7 sind die eingewöhnungs oder anpassungsjahre eines menschen danach beginnt das große vergessen und damit beginnt dein leben auf dieser welt jeder mensch hat sich sein leben genau ausgesucht was du vor findest eltern geschwister land und ort kultur und religion kurz alle tradierungen die ein menschenleben ausmachen sind vor deiner geburt von dir gewählt worden leben für leben entscheidest du wie es weitergeht in deiner nächsten inkarnation auf erden du wählst selbst wo und mit wem du deine reise fortsetzen möchtest jetzt bist du hier und du klagst über dies oder jenes lebe ohne klagen beende bitte diese unzufriedenheit mit dir selbst und mit der welt das ist unangemessen denn was dir widerfährt widerfährt ja aus gutem grund dein wachstum hängt alleine von den gemeisterten herausforderungen ab dafür willst du die prüfungen selbst aus und du willst sie so dass du sie auch bewältigen und meistern kannst niemandem wird ein gewicht aufgebürdet dass er nicht tragen kann ein jeder mensch wählt das leben dass er meistern kann und erhält die gelegenheiten die sich dafür am besten eignen hadere niemals mit deinem schicksal denn es ist dein leben und es ist deine seele die dich beim lösen der verflechtungen und lebensknoten anleitet und dir beisteht nachdem ein mensch durch den tunnel des vergessens gegangen ist und sich vollständig als begrenzter mensch wahrnimmt ist es die größte herausforderung des lebens sich wieder zu erinnern das ganze leben erfüllt nur einen einzigen sinn dass du dich erinnerst wer du bist und woher du kommst sobald das geschehen ist bist du frei deshalb zielen viele spirituelle praktiken genau darauf ab indem du aufgefordert wirst dies oder jenes zu praktizieren wirst du eingeladen dich zu erinnern du bist angehalten das unvergänglich lebendige in dir zu erfassen das ist der sinn jeder spirituellen übung dass du geöffnet wirst für dein transzendentes göttliches bewusstsein das vor deiner geburt existierte und nach deinem tod fortbesteht was bist du mensch was macht dich aus und warum bist du auf dieser welt finde die antworten finde die antworten und du bist frei lass dich von niemandem beirren so lange bist du gefunden dich selbst gefunden hast der menschliche körper ist das gefährt für deine seele auf dieser erde und doch lebt nicht die seele im körper sondern es ist der körper der in der seele existiert ist das verstanden dann beginnt sich dein geist für das wesentliche zu öffnen und es beginnt sich dir deine wahre natur zu offenbaren sei bereit alles auf dich zu nehmen um dieser wahrheit näher zu kommen denn sobald du erkennst dass der tunnel durch den du auf diese welt gekommen bist der selbe tunnel ist durch den du diese welt verlassen wirst bist du frei in unendlicher liebe bin ich bei dir babaji in unendliche ich danke dir für das zuhören alles gute für dich und deine lieben messi bei bei und i love you deine daniel ich danke dir ich danke dir für dich und deine lieben messi bei bei und i love you